Ich bin hinterm ME-System Nein Noch Nein Dennis, ich brauch den eben nur paar Minuten, ihr braucht den sowieso hier nicht Ja, das ist der Fried, ich klau den mal eben Lass den stehen, Finger weg Kriegst den doch gleich wieder, ich muss das nur austesten Bau dir den Scheiß aus selber Nein, dauert mir grad zu lange Ich brauch Titanium, Alter, weil ich sie damit vorhab Ja, dann bau dir den Scheiß aus selber, wie gesagt Kriegst er gleich wieder Oh, Feb-Schleime Ah, Kisten würde ich nicht drehen So, ne Cell mitnehmen, danke Und jetzt probieren wir es nochmal aus, hab ja nix besseres zu tun hier Das war auch nicht Nö, ich weiß Ich weiß Ich war hier nicht, habt Energie Nope Und das war ja klar Na klar females Dasusstatt risks Ja Vertraue Como Er hat so kleine Cheater Leben lang schon. Naja. Glaub ich dir. Ein Spiel kann man nur cheaten, durchspielend. Achso, das... Irgendwo ein Spiel... Da konntest du cheaten? Konntest aber nie 100% erreichen. Das war traurig für mich. Oh. Ich hatte es aber schon mal 100% gespielt. Meinten, die könnten mich reinlegen, die Schweine. Aber das war ja nicht so. Weißt du doch. Die dachten, die wären besser als ich. Warum leckt es halt direkt hin, so? Er leckt es aber nur bei dir, Centrus. Also bei mir... Bei mir nicht. Keine Ahnung, wovon das kommt. Ich mach erstmal den Hebel hier vorne. Ich trau dem ganzen Ding jetzt hier nicht mehr. Was denn? Achso, jetzt wieder. Im ME-System war ein bisschen Kobalt, so 84 Stück. Finger weg. So. Leck. Darum. Warum? Die Finger von dem ME-System. Warum? Darum. Warum? Warum? Backen. Aber gucken uns unten von Flech die Sachen. Hm? Wir brauchen sie von Flech die Sachen. Ach, hast du schon wieder genommen, Centrus, ne? Was hast du da schon wieder rausgenommen jetzt, Fleck? Wie sie wissen, ne? Mal rein damit. Hm. Morgen vielleicht. Ja, aber nicht heute. Mir verwirrt mich, ihr Kleine. Ach, kacke. Dass du nicht die Finger davon lassen kannst, ne? Und? Nicht ja und. Doch, ja und. Ne. Irgendwie schon. Ähm. 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 Cube Slime. Will das Zeug mich einfach instant verarschen? Ja. Also ich muss es ja da reinfüllen, also ist es so richtig. Ignorate. Hallo. Kann man ja gar nicht dem Ding sagen, dass es behindert ist? Also laut Ding muss, müsste es funktionieren. Empty Bottles. Nein. Hm? Ich brauche auch anderes Schlagchen dafür. Schlecht? Ach nein. Wie krieg ich das Glas denn noch anders hier? Ach du Scheiße. Schlecht. Naja, aber wie kann ich denn Glück Slime unten? Unten. Äh. Behindert? Ach komm schon. Das kann doch nicht wahr sein. Quick. Ah, das sind nur andere Flaschen. Oh, ist das scheiße. Hm. Steal, Steal. Was kann er noch benutzen? Pick Iron? Jawohl. Naja, wird wieder Eisen verschwendet. Probieren wir halt das mal aus. Mach das mal. Ne, das ist auch eine Verschwendung. Oh. Sorry. Tut mir leid. Ui. Alter. Hm? Geht das ab. So will ich immer Treppen hochgehen. So will ich immer Treppen hochgehen. Ich warte, zeige dir das mal. Ich mach dir auch so ein Ding. Naja. Tum, die können ruhig wieder rein, das Zeug. Das tun wir erstmal. Ah, ich brauche aber jetzt Aluminium anscheinend. Ich komme eh runter. Da musst du craften. Das mitnehmen, das mitnehmen, das mitnehmen. Und. Das kann ich auch schon mitnehmen. Das ist eh runter. Da muss man so einen Ofen herstellen und mal gucken, ob ich Liquid Zeug darüber bekomme. Ah, fab. Fab. Du hast ja auch noch mit diesem Button. Ah ja. Tu das mal in die Hose rein. Oh, warte, ich tue mir gleich was anderes in die Hose rein. Ja. Das ist dann Appel Step Assist. Äh. Der Hose Appel Step Assist. Und dann geh mal die Treppen hoch. Install. Und dann kann man so nicht mehr perfekt gehen, ne? Dafür können wir ja runter, äh, fallen. Mhm. Dafür ist der Raum eigentlich gar nicht schlecht durch die Dusche. Richtig nice. Mhm. Scheiße. Das, äh, macht mich dieser Mod jetzt grad krank. Aha. Und ich hab ein leichtes Problem. Ja, welches? Kann man nicht so auf den Weelife Treppen hochgehen? Wiii. Ist ja schön, ne? Das sind ja nicht nur, du kannst auch über normale Blöcke, also ein Block hoch. Heißt, du brauchst nicht mehr über Berge springen. Und laufen. Äh, ich brauch'n Lava-Eimer, Lava-Eimer ist das Kacke. Und, äh, Glas. Okay, haben wir schon mal zwei Stück? Ach, boah. Ah, jetzt fehlt ja wieder so'n Silikon-Ding. Ähm, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jetzt hab' ich keinen Iron-Bars. Ach, dieser Mod, der verwirrt mich doch. Der will mich doch nur ärgern. Der will doch nur spielen. Der will doch nur... Und lass das doch. Nein, das lass' ich nicht. Der Mod ist an sich geil, außer der will einen ärgern. Oh. Der will nur spielen, der Mod. Sagst du. Ja. Der will dir ja nur ärgern. Mein Nerven will der spielen. Ja, der Pozzon, die. Der will dich so richtig schön ärgern. Ja. Oh, weißt du, das geil auch schon ist? Man kann hier direkt hochgehen und direkt wieder zur Seite springen, wenn zur Not. Äh. Ach, ich mag mein Gebäude. Ja. Das ist ja ganz leise. Das ist ja ganz leise. Oh, der ist noch on. Wie kommt das so? Darf auch noch online sein? Äh, wissen wir. Also, seine Mutter so ein bisschen. Ja, also dass er jetzt nun online ist. Wahrscheinlich ist er noch so ein bisschen gemutet. Ja, oder so leise wieder, wie immer. Das ist ganz leise. Oh, okay. Nein, das möchte ich nicht. Pfeppas sind da unten, die Pampas Pfeppas. Oh, er hat einfach nur zu seiner Mutter wieder gesagt, sie hat geträumt. Ja, sie hat ja gesagt, sie hat das geträumt, dass sie verboten hat am nächsten Tag zum Ziel zu gehen. Ja, das ist natürlich ein bisschen lame, ne, würde ich sagen. Wenn man das vergisst. Also das ist jetzt so. Du meinst, wenn man das glaubt. Ja, das ist sowieso noch Top hoch 3. Aluminium. Ach, Aluminium. Das ist mir. Das ist mir. Das ist mir.